Wir sind jetzt in Machu Picchu und wollen uns gleich den Bainapuchi vornehmen. Der ganz große Berg da oben. Und ich bin schon sehr gespannt. Hier sieht man noch mal, ich gehe noch mal ein Stück mit der Kamera, wie der Weg so aussieht. Und man muss schon genau gucken, wo man hin tritt. Also die Stufen sind schon sehr uneben. Aber da nachher noch mal, dann gleich wird es sicherlich dann noch mal ein Video von oben geben.